Zu Tag 5, heute geht es um den Bauch. Wir machen einen Crunch. Dazu einmal komplett hinlegen, Beine im rechten Winkel, Hände neben den Körper und ganz locker über den Bauch umziehen. Wie machst du das mit der Atmung? Hinlegen, das zeige ich dir. So, ja wohl. Hände neben den Körper, nach oben kommen und ausatmen. Ja wohl, super. Auch hier wieder Einsteiger 30 Sekunden. Fortgeschrittene 45 und die Profis bleiben 60 Sekunden dran. Ja wohl, super.